Wir stellen uns mal für eine Sekunde vor, unsere Playlist Krebsmutation hieße gar nicht Krebsmutation, sondern Beförderungsmittel. Und entsprechend würde die dann zum Beispiel so aussehen. Und wenn wir uns jetzt mal dem Video zu den Autos genauer widmen, dann könnte es sein, dass ich Ihnen da in erster Linie die Geschichte eines blauen Porsches zeige. Und korrekterweise könnten Sie jetzt aber sagen, naja, aber es gibt ja nicht nur blaue Porsches, es gibt ja auch noch andere schöne Autos. Ich würde aber trotzdem nur bei dem blauen Wagen bleiben. Sowas in der Art hatten wir bei unserem Video zum schlagenden Herzen von Krebs zu Karas. Da hatte ich Ihnen nämlich gezeigt, dass es insgesamt vier Mutations-Hotspots gibt, die auch alle Onkogen sind, also wirklich für Krebs verantwortlich gemacht werden können. Allerdings hatten wir uns doch arg auf G12C konzentriert. Warum? Weil wir da sehr gefeiert haben, dass man G12C auch zielgerichtet therapieren kann. Die anderen Formen von Karas gucken wir uns in diesem Video nochmal genauer an. Ich habe mir da fünf Punkte ausgesucht, wo sich die verschiedenen Karas-Mutationen durchaus ein bisschen unterscheiden. Hallo, mein Name ist Matthias Schäffler. Ich bin Onkologe mit dem Schwerpunkt zielgerichtete Krebstherapie und beschäftige mich schon relativ viel auch mit den Karas-Mutationen. In diesem Video gucken wir uns die verschiedenen Karas-Mutationen nochmal genauer an. War ja auch eine Frage der Woche, als es darum ging, welche Themen wir bei den Deep Dives der Krebs-Mutationen noch behandeln sollen. Vorab muss ich Sie allerdings warnen. Es kommen ein paar Abbildungen vor, die jetzt nicht so ganz intuitiv oder verständlich sind. Ich habe sie mal nerdige Abbildungen genannt. Die kommen direkt aus den Originalpublikationen der Arbeiten, die ich Ihnen heute vorstellen werde. Und die erste Unterscheidung, die wir bei den verschiedenen Karas-Mutationen machen, das ist funktionell. Hier ist nochmal die extrem wichtige Zusammenfassung, wie Karas eigentlich genau funktioniert. Wir haben inaktives Karas, das ist an GDP gebunden, und wir haben aktives Karas, was an GTP gebunden ist. Diese beiden Substrate konkurrieren jetzt also um die Bindung mit Karas. Und hierzu muss man wissen, dass das GTP deutlich, deutlich häufiger in der Zelle vorkommt. Mehr als zehnmal so viel GTP als GDP in der Zelle ist. Und, das habe ich hier ein bisschen lapidar gesagt, GTP auch stärker bindet. Genauer formuliert wäre das, es hat eine höhere Bindungsaffinität als GDP. Das heißt, eigentlich müssten wir ja davon ausgehen, dass immer das aktivierte Karas in der Zelle vorliegt. Und nun kann man sich fragen, warum es das nicht tut. Ja, eben wegen Karas. Karas ist eine GTP-Ase. Die Funktion von Karas besteht darin, sich zu inaktivieren. Diese Inaktivierung erfolgt nicht alleine. Es sind auch noch sogenannte GTP-Ase, Activating Proteins oder GAPs mit von der Rolle. Und andersherum auch die Aktivierung von Karas durch die Bindung von GTP. Auch dafür gibt es ein paar Helferlein. Die sogenannten Guanian Exchange Factors oder GAPs. Ich habe Ihnen die häufigsten mal drunter geschrieben, weil Sie da vielleicht therapeutisch auch schon von gehört haben. Der wichtigste GAP für Karas ist SOS1. Das wiederum als Hilferlein ein Protein namens SAP2 oder CHIP2 hat, ist ja auch eingetragen. Gegen beides gibt es spezifische Inhibitoren. Auch gerade bei der Überlegung, Karas zu inhibieren. Super wichtig. Bei den GAPs habe ich das NF1 herausgestellt. Neurofibromatose-Gen ist wahrscheinlich der populärste und bekannteste GAP. Und wenn Sie irgendwelche Literatur zum Thema Karas-Mutationen und Krebs aufschlagen, werden Sie da immer finden, dass geschrieben wird, dass diese Karas-Mutationen dafür sorgen, dass die GAPs nicht mehr so gut gebunden werden, beziehungsweise gar nicht mehr gebunden werden. Zur Folge verharrt die Zelle mit ihrem aktivierten Karas und regelt natürlich den darauf folgenden Signalübertragungsweg. Und hier sehen Sie, ich habe Ihnen die G12er-Mutationen aufgezeichnet, zumindest G12C, D und V und die G13er. Das sind in erster Linie G13D und G13C. Was Sie hier nicht finden mit direkter Interaktion zu den GAPs, sind die Q61 und A146-Mutationen. Die sind räumlich ja schon so gesehen an einer ganz anderen Stelle und beeinflussen eine Region, die man Switch 2 nennt und haben dadurch quasi den Einfluss, die aktivierte Form auch bei der aktivierten Form zu belassen. Und dann hatte ich ja gerade schon gesagt, therapeutisch sind natürlich die SOS-1 oder SOS-2-Inhibitoren auch enorm wichtig, weil einige der Mutationen, eigentlich die gleichen, die wir unten hatten, also G12C, D und V und auch die G13er-Mutationen, durchaus abhängig von den GAPs sind. Nicht hingegen Q61 und A146. Was G12A, R und S angeht, habe ich ein paar Fragezeichen hinterher gemacht, ist nicht so wirklich klar. Und jetzt würde ich gleich mit dem ersten nerdigen Bild kommen, mit der ersten nerdigen Abbildung aus einer Publikation direkt rausgenommen. Sie sehen, da sind verschiedene Zellarten von verschiedenen Tumoren untersucht worden. Man hat auch geguckt, welche Charas-Mutationen die letzten Endes haben. Und was ich Ihnen hier aufgezeigt hatte, das sind die Effekte einer sogenannten SOS-1-Hemmung, also dass man einen SOS-1-Inhibitor bei diesen Zellkulturen einsetzt. Und da sehen Sie, alles was blau ist, ist gut, es muss ein möglichst niedriger Wert erreicht werden, also alles blau ist vorteilhaft, alles rote ist nicht vorteilhaft. Und im Kleingedruckten sehen Sie, dass die Q61-Mutationen in der Tat nicht von SOS-1-Inhibierung profitieren. Also hier haben wir direkt mal einen Unterschied zwischen den verschiedenen Charas-Mutationen, der schon therapeutische Konsequenz hat. Und was ich Ihnen hier schon gesagt hatte, aktives Charas sorgt dafür, dass Signaltransduktionswege angeschmissen werden. Und das, ich habe Ihnen hier mal den MAPK-Pathway und den PI3K-Pathway aufgezeichnet. Das sind so die relevantesten Pathways zum Thema Charas-Aktivierung. Und da ist es so, dass eigentlich alle Mutationen vornehmlich den MAPK-Pathway aktivieren. Kleine Ausnahme oder einzige Ausnahme, kenne ich ehrlich gesagt aber auch nur aus der Literatur in der Vorbereitung zu diesem Video, ist G13. G13, namentlich G13D, kann auch den PI3K-Pathway aktivieren. Und genau genommen muss man sagen, alle Mutationen aktivieren natürlich alles, aber wie gesagt, es ist eine ganz klare Tendenz Richtung MAPK-Pathway bei den meisten Charas-Mutationen. Als nächstes gucken wir uns mal an, ob es evolutionäre Unterschiede gibt, also ob es unterschiedliche Ursachen für die Mutationsentstehung bei den verschiedenen Charas-Formen gibt. Und obacht, wieder ein nerdiges Bild. Hier aber bitte nicht erschrecken. Sie sehen Darmkrebs, Lungenkrebs, Melanom und Pankreaskarzinom gegenseinander aufgelistet. Und dann die verschiedenen Charas-Mutationen und farblich dargestellt verschiedene Gensignaturen. Bei den Gensignaturen macht man es so, dass man sich alle Mutationen, also inklusive aller Begleitmutationen bei einem Tumor anguckt und dann guckt, was da genau verändert ist. Und da gibt es ganz erstaunlich wirklich typische Signaturen, die einem zum Beispiel Hinweise geben können, ob etwas zum Beispiel Tobacco-Smoke, also hier das Braune, assoziiert ist. Und dass ich Ihnen diese Rüder-Abbildung hier zeige, hat zwei Gründe. Zum einen sehen Sie, dass das wirklich von Krebsart zu Krebsart unterschiedlich ist. Da muss man gar nicht genau gucken, welche Signaturen betroffen sind. Man sieht einfach unterschiedliche Farbgebungen, unterschiedlich ausgeprägt zwischen den verschiedenen Krebsarten. Zum anderen aber auch, wenn Sie mal an Lungenkrebs denken oder an das Pankreaskarzinom, dass wirklich unterschiedliche Charas-Mutationen unterschiedliche Gensignaturen aufweisen und damit mutmaßlich auch unterschiedliche Entstehungen haben. Bei Lungenkrebs sehen Sie die Gensignatur 4, die Rauchersignatur, ausgeprägt bei G12C, bei G12V und bei G12A. Bei G12D macht das allerdings nur einen kleinen Anteil aus. Und beim Pankreaskarzinom möchte ich Sie auf die Q61-Mutation hinweisen. Die ist in erster Linie durch oxidativen Stress bedingt, während die anderen Charas-Mutationen andere zugrunde liegende Signaturen aufweisen. Die nächsten Unterschiede, die wir uns angucken, betreffen die Histologie. Glaubt man manchmal gar nicht, aber verschiedene Charas-Mutationen machen wirklich unterschiedliche Erscheinungsbilder, wenn man die sich unter dem Mikroskop anguckt. Und dazu fange ich mit dieser Abbildung hier an. Muss man jetzt nicht im Detail genau verstehen, sondern in erster Linie sehen, dass es da Unterschiede gibt. Wir haben hier, können Sie sich vorstellen, verschiedene Charas-Mutationsformen. EGFR habe ich mal ausgegraut, weil das nur so als Kontrolle in Anführungszeichen in der Publikation genannt worden war. Aber Sie sehen, wenn Sie sich G12D direkt neben G12V oder direkt über G12C angucken, die sehen schon grob gesagt unterschiedlich aus. Die Autoren dieser Arbeit hatten dann noch gezeigt, dass es zunehmende Atypien, also immer mehr auffällige Krebszellen, von oben nach unten gibt. Und dass es von oben nach unten auch eine zunehmende T-Zell-Infiltration gibt. Das ist natürlich wieder therapeutisch relevant, weil viel T-Zell-Infiltration bedeutet auch womöglich gutes Ansprechen, gutes Outcome unter Immuncheckpoint-Inhibierung. Und als weiteres Bild, was die Unterschiede, glaube ich, ganz gut darstellt, haben wir noch das hier rausgesucht aus einer relativ aktuellen Arbeit. Auch hier nochmal der Verweis, vergleichen Sie mal G12C und G12D. Die sehen schlichtweg anders aus. Den nächsten Punkt, wo sich die Mutationen durchaus unterscheiden können, habe ich mal genetisch genannt. Muss man natürlich mit Vorsicht sehen. Wir behandeln ja hier ausnahmslos genetische Events, ausnahmslos Mutationen, aber ich zeige Ihnen direkt, was damit gemeint sein soll. Als kleiner biologischer Auffrischer. Die DNA besteht aus vier verschiedenen Nukleotiden, nämlich A, C, T und G. Und die kann man auch in verschiedene Gruppen einordnen, nämlich in die Pyrimidine und in die Purine. Kleine Merkhilfe, falls doch der ein oder andere Student sich mal in diesem Video verirrt, kann man sich relativ leicht merken. Der einfache Name Purin bezeichnet die kompliziertere Struktur. Und jetzt ist es so, dass wenn eine Mutation dadurch festgelegt ist, dass eine dieser Gruppen untereinander ausgetauscht wird, also Pyrimidin durch ein anderes Pyrimidin ersetzt wird oder Purin durch ein anderes Purin ersetzt wird, sprechen wir von den sogenannten Transitionen. Demgegenüber, wenn ein Pyrimidin durch ein Purin ersetzt wird und andersrum sprechen wir von den Transversionen. Und das war vor vielleicht 10, 15 Jahren noch immer so ein Punkt, wo man versuchte Rückschlüsse zu treffen. Ob das eine schlimmer oder einflussreicher als das andere ist, also ob eine Transversion immer die in Anführungszeichen bösere Mutation ist als eine Transition, muss man ganz klar sagen, ist nicht so. Wir hatten ja auch schon die PIK3-CR-Mutationen besprochen. Das sind alles Transitionen. Und bei CARAS ist es so, dass sie sowohl eine Menge an Transitionen haben, als auch eine Menge an Transversionen. Also hier gibt es durchaus Unterschiede, ohne dass man zu viel daraus ableiten sollte. Zum Thema Genetik würde ich aber auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir hatten uns ebenfalls mal die CARAS-Subtypen angeguckt und haben die hier aufgelistet. Sehen Sie rechts beschriftet G12a, D, C und so weiter. Und unten, das ist wahrscheinlich schlecht zu erkennen, sind verschiedene Komutationen. Und auch diese Abbildung dient vor allem zur Orientierung. Schauen Sie sich vielleicht einmal G12c an, das sieht schon anders aus als die anderen Subtypen. Gucken Sie mal den Vergleich zwischen G12d und G12a an. Auch da sind durchaus Unterschiede zu sehen. Und deshalb muss man schon sagen, auch bei den Begleitmutationen unterscheiden sich die verschiedenen CARAS-Typen. Wir haben sogar danach geguckt, was womöglich signifikant ist. Und wir sehen nur bei G12c einen gewissen Einfluss auf die HER-Familie, auf ERP-B2, also HER2, auf ERP-B4, HER4. Wir haben auch EGFR mit dabei. Wir sehen bei G12d vor allen Dingen eine gewisse Assoziation zu den PDGFRs, auch nur bei G12d. Und wir haben bei den G12v- und G13-Mutationen eine gewisse Assoziation zu P10. Also wir haben hier durchaus unterschiedliche Komutationen. Und was ich gerade sagte, die G13er-Mutationen stehen ja im Verdacht, auch die PI3K-Signalübertragung mit anzugehen. Das wird sich hier durch eine P10-Mutation natürlich ganz gut darstellen lassen können. P10 gehört zum PI3K-Pathway. Und in der gleichen Arbeit haben wir dann mal was ehrlich gesagt wirklich Nerdiges gemacht. Wir haben nämlich nach der Klonalität geguckt von den verschiedenen CARAS-Mutationen. Und hier sehen Sie im linken Beispiel haben wir eine klonale CARAS-Mutation, eine sogenannte subklonale PI3K-CR- und TP53-Mutation. Und noch ein paar andere werden wir auf der rechten Seite unter B eine subklonale CARAS-Mutation gemeinsam mit einer PI3K-CR-Mutation sehen. Was heißt das jetzt konkret? Stellen Sie sich das Ganze wie ein Baum vor. Das bedeutet klonal sozusagen, was wir im Stamm sehen. Das heißt links würden wir sowas sehen, dass CARAS den Stamm bildet und später evolutionär TP53- und PI3K-CR-Mutationen dazugekommen sind. Im zweiten Fall sieht es so aus, dass der Stamm hier nicht weiter definiert ist, steht hier nur klonale Mutation, aber dass wir die CARAS-Mutation und die PI3K-CR-Mutation in diesem Fall eher an einem der Äste erwarten würden. Auch das kann wieder, muss aber nicht therapeutische Konsequenz haben. Natürlich macht es Sinn, in erster Linie klonale Mutationen therapeutisch anzugehen, weil wir ja davon ausgehen, dass die in jeder Krebszelle vorhanden sind. Nichtsdestotrotz ist die Bestimmung der Klonalität absolut nicht banal oder trivial und in Sicherheit nichts, was man in Zukunft dauerhaft bei allen Patienten machen kann. Und last but not least kommen wir zu etwas, was ich mal klinisch genannt hatte, auch schon in diversen Nebensätzen hier angeteasert hatte, nämlich welche klinisch-therapeutischen Unterschiede wir wirklich haben durch die verschiedenen CARAS-Mutationen. So, diese Abbildung entstand auch in der Publikation, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, ist aber da nicht zu finden. Die haben wir aus der Publikation rausgenommen, weil wir hier ausnahmslos Chemotherapie beschrieben hatten und auch bei relativ niedrigen Patientenzahlen. Zu der Zeit es aber natürlich auch spannender war, was die Immuntherapie macht. Für die Chemotherapie haben wir das, wie gesagt, nicht in die Publikationen gepackt. Von daher ist das hier schon so eine Art exklusiv, was ich Ihnen zeige. Und hier sehen Sie unterschiedliche CARAS-Mutationen mit unterschiedlichen Co-Mutationen und machen was einfach, unterschiedlichen Outcome von Chemotherapie. Wie gesagt, das waren nicht wahnsinnig große Patientenzahlen. Entsprechend kann man da relativ wenig daraus ableiten. Nichtsdestotrotz sieht man aber Unterschiede. Unterschiedliche Zusammensetzungen mit Grün und mit Rot. Bei der Immuntherapie geht das nochmal so ein bisschen in die Richtung, die wir gerade besprochen hatten bei der Histologie. Hier haben die Kollegen nachgeguckt und gesehen, dass CARAS-G12C, das ist die linke Abbildung, ein wenig mehr Benefit von der Immuntherapie hat, als die nicht-CARAS-G12C-Formen. Und das deckt sich ja so ein bisschen mit der Beobachtung in der anderen Publikation, dass womöglich mehr infiltrierende T-Zellen bei den G12C-Mutationen auftauchen. Die rechte Abbildung zeigt das Ganze nochmal in Abhängigkeit der PDL1-Expression. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass bei CARAS es schon eine Rolle spielt, inwiefern PDL1 exprimiert wird. Dann, wir hatten das gerade auch, das war ja die Publikation, die das zweite histologische Bild, was ich Ihnen gezeigt hatte, beinhaltete, haben wir noch was ganz Spannendes. Man könnte ja überlegen, dass wenn die CARAS-Mutationen den MAP-K-Pathway aktivieren, dass man eventuell MEG-inhibiert mit 2K1. Also klassischerweise den Downstream von CARAS versucht zu inhibieren. Und das war ehrlich gesagt so la la. Es gab Studien, die das verglichen hatten mit Chemotherapie, auch in Kombination mit Chemotherapie, wo man gesehen hatte, das ist nicht besser. Nichtsdestotrotz hatte man immer bei der MEG-Inhibierung bei CARAS-Mutationen so eine Ansprechrate von 10, 11, 12, 13 Prozent. Also da war schon ein Signal. Man hat halt nur nicht genauer geguckt, ob das womöglich spezifische Subformen von CARAS waren. Und in dieser Abbildung, was ich Ihnen hier zeige, beziehungsweise in dieser Publikation, arbeiten die Kollegen sehr schön heraus, dass es eigentlich zwei verschiedene CARAS-Mutationen gibt, die von der MEG-Inhibierung besonders profitieren. Das ist einmal das braune und einmal dieses kleine Strich nach unten. Und das sind die G12C und die Q61H-Mutationen. Das heißt, ohne hier die präklinischen Daten überzubewerten, kann man schon sagen, es könnte sein, dass die G12C und die Q61-Mutationen besonders gut von der MEG-Inhibierung profitieren, die anderen dagegen nicht. Und damit wäre unser kleiner Deep Dive zum Thema verschiedene CARAS-Subtypen auch erstmal durch. Es kommt aber in Kürze ein zweiter Deep Dive zum Thema CARAS-Mutationen, dann aber spezifisch auf G12C mit zielgerichteter Therapie. Welche Q-Mutationen da was machen? Das ist eine Publikation, die jetzt zwei, drei Monate alt ist. Freue ich mich darauf, Ihnen das auch nahe zu bringen. Und wenn Sie jetzt hören, okay, da ist ja doch relativ viel, was gar nicht so richtig klar ist. Wir haben relativ viel von G12C erfahren. Wir haben relativ wenig erfahren zu G12V, zu Q61, zu G13, A146, zumindest bei Lungenkrebs nicht so viel gehört. Und dann haben wir gesehen, dass es ja auch eine Rauchsignatur bei G12C, A und V gibt. CARAS aber durchaus auch bei Nierauchern vorkommen kann. Wenn Sie jetzt überlegen, wie guckt man da denn an mehr Informationen? Da kann ich guten Gewissens sagen, da kümmern wir uns aktuell rum. Da haben wir verschiedene junge Kollegen, die sich die verschiedenen Subanalysen sozusagen anschauen. Ich rechne oder beziehungsweise ich hoffe natürlich, dass wir im nächsten Jahr relativ viel aus Kölner Autorenschaft zu diesem Thema sehen und lesen werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.